herzlich willkommen wieder zurück bei sims 4 ja es geht einfach direkt weiter hier ich habe heute frei das ist natürlich schön hat sie heute sie hat nichts frei sie muss gleich zur arbeit sie braucht also sie macht ihm getränke mixen üben das ist schon mal gut tobi muss schon bei der arbeit sein wieso ist er nicht der arbeit okay und das hat er in die urlaub oder was ist ja egal in der urlaub war doch ja schon wir haben ja schon hier gepennt oder nee ich weiß das nicht mehr ist das schon wieder ein bisschen her ich glaube ich habe in urlaub gegeben damit wir hier gut einziehen können und alles ist mir aber auch egal geht ja trotzdem was macht er das das ist immer so eine frage mit diesem dann frames drop keine ahnung warum ich ein stück gleich in wir haben auch damit die frames was ist jetzt los ich war ja dabei eigentlich die ganzen sachen abzugraden noch kann ich hier was upgraden um level 6 level 8 hier werden wir sowieso nichts für es hinbekommen sie muss leveln aber sie steigt ihr gleich wieder auf ich schraub dem so das ist auch schon fertig jetzt nicht plaudern du musst lernen da drüben überragende spülung da kommen jetzt nur nix mehr damals das gemacht aber mal level 4 also ich glaube jeder hat so einen wunsch ist so ein haus mal zu besitzen muss man einfach mal sagen wo ist das glas da fehlt was gut alle anfange schwer sie tut so nur das ist das so jawohl getränke mixen machen wir hier ein probieren wir mal ein wasser das ist ja so 25 prozent ach so das ist eh nur die tagesaufgabe die brauchen wir ja gar nicht dann mach einfach weiter essen haben wir glaube ich keins mehr oder wir haben ja noch gar kein essen ok dann muss sie dann müssen wir erst mal was machen level 3 ist sie fähigkeit level 1 machen wir mal hier familiengröße nochmal wir müssen ja klein anfangen wo sie ist das was hingestellt keine ahnung so das wc ist jetzt auch in voller blüte kann man hier noch was machen robuste armatur ich muss ja aufpassen nicht dass hier wieder ein bisschen krakatauer gleich hier kommt näher war gut sieht sie gut aus dann können wir noch was machen wir sagen noch eine kleinigkeit hier und dann haben wir erstmal wieder genug was hat sie denn aktuell von level bei geschicklichkeit sie hat immer geschicklichkeit aber möchte ein höheres level egal in welchem haus egal wo egal was egal ob es level 1 ist es brennt bei der immer mann alter ich könnte wieder ich könnte wieder ich weiß nicht so dann hau mal ab hier ich werde es hier löschen das übliche prinzip immer es löscht doch man alter hör auf dazu zu gucken in diesem blöde ab mann alter legt mich es kann nicht immer sein dass hier alles immer abbrennt bei der es ist doch unnötig bei sims dass es so oft vorkommt kann man das eigentlich jetzt ausstellen frage ich mich nur jetzt mal so nur das reine interesse selbstständigkeit vollständig er kann mich das sozialmenü wie wünsche und ängste anzeigen mach das mal aus selbstständigkeit für gewählten sim deaktivieren automatisches altern ist aus automatischer altern ungespielt sims aus baumodus elemente haben auswirkungen auf das spiel ähm sim lebensdauer lang herausforderung menü ausblenden sim anzahl 3 maximal erlaubte sims umbrennt nachbarschaftsanzeigen umgebung ja dann müsste ich übernehmen längener mondzyklus aber ich glaube man kann das gar nicht umbauen irgendwie das kann man gar nicht machen das ist einfach ein dreck das game geil haben wir wieder noch mehr kohle die brennt ja noch immer so was sie beruhigt jetzt kannst du mal duschen gehen na no man alter die möchte koch oder die macht koch und so weiter die lernt das da kann ich ja ihr nur das so dann kann ich das nur so machen dass wir das kommt da jetzt wieder ein bock auf die bekommen ein abgeschafft alter wer bist du alter wir hatten gerade einen brand okay und das wasser nehmen nein das ist einfach weiter das gibt es nicht dass das bei diesem game immer brennt es gibt es einfach nicht jede zweite folge brennt irgendwas so dann kann sie halt das nur von fernseher lernen weil ganz ehrlich anders verstehe ich es nicht anders geht es einfach nicht koch videos schauen jetzt ist das besser also ist das gleiche was kochst du denn du das schönes riecht super im flur gibst du mir was ab du wirst meine gesellschaft zu schätzen wissen nicht der obstkuchen ne was koch ich denn schönes er ist gerade gebrannt also ich glaube dass es nicht so schön ist aber ich kann es dir gerne geben schon mal genau hier den aktuellen kanal also was wollen die denn alle ich habe gerade von 15 modens bekommen das sind glaube ich diese glücks münzen oder was auch immer wieso steht sie jetzt das ist doch hin mann So, ich muss jetzt in ca. einer Stunde zur Arbeit. Ist wieder wütend. Warum? Also, Kontrollverlust. Sie will einfach nicht sitzen. Ich kann sie nicht dazu zwingen. Ich könnte sie, aber sie will nicht. Also, lass ich sie stehen. Alter, Sims, ihr seid so dumm, Alter. Bitte hängt euch einfach mal. Was ist das? Was ist das, Alter? Es ist einfach nur Scheiße, das Game. Alter. Was ist da unten überhaupt los? Hinten Protest wieder. Ich bin dran. Ich bin dran. ich bin beim kocher einfach ein level. 2. Da bin ich ja nicht der beste drin. Ich bin beim kochern einfach Level 2. Da bin ich auch nicht der beste drin. was haben wir denn so von höchsten levels aktuell so geschicklichkeit also geschicklichkeit sind wir ja fast fertig hier mal ja jetzt nichts mehr zu machen hier können wir erst mal auch nichts machen und glaube ich hier war auch nichts mehr hier brauchen wir 6 und 8 kann man hier was machen pc sicher ist mittlerweile 10.000 den fernseher auch nix den kühlschrank oder habe ich einfach keine teile mehr ich kann das einfach gar nicht machen wir brauchen einfach ein level höher müssen wir gucken dass irgendwas kaputt geht wobei hier bei tobi kann man was machen was ist denn los bei dir so hier muss man natürlich fleißig arbeiten stellen weil das wäre schön wenn die sims jetzt auch mal gefördert werden während ich halt nicht da bin und diesmal gar nicht gefragt ob ich mitgehen möchte ich glaube wir sind jetzt level 4 er hat auch gerade aktuell keine wünsche kommt mit dem dobi wieder nach hause das ist fertig da ist nix und da tobi schon gemacht und hier kann man wahrscheinlich auch noch gar nichts irgendwas noch ja gut dann aber erstmal alles gemacht ich meine wir könnten jetzt glaube ich aber hier wieder weiter ja hier brauchen wir teile jetzt haben wir erstmal alle teile verschossen na gut dann koche ich halt noch was irgendwas kleines vielleicht hier so was müsste doch gehen wir müssen ja alle irgendwann wenn es brennt dann kann mir keiner helfen ja bevor er gelöscht hat aber trotzdem okay eine portion kann ich hier nehmen schon nice hier so dann mal das wc benutzen und dann kann man irgendwas noch machen programmieren könnte man nicht machen hacken was habe ich denn programmieren von level 4 deswegen habe ich so viel schon hier zu machen spielmodifizieren programmieren üben aber eine üben ist blöd dann müsste man wir müssten ja was machen das sogar geld gibt ich glaube wir das nicht bei hacken einhorn nahmer rettungsfront ist mir egal irgendwas werden wir schon finden Tobi ist zurück voll genervt natürlich der braucht unbedingt spaß dann kann er was essen das letzte nehmen und spaß und pc halt ja 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 jetzt ist das so schön jetzt haben wir das alles auf einen stockwerk und dann kann ich alles sehen so wie es alles abläuft hier was mir wieder kein bock kein bock kein bock Tobi was ist denn los hier stammst du hier so rein ich mach hier grad nix ich mach hier grad nix hä die sims haben irgendwie so eine altersschwäche kann das irgendwie sein die sind einfach dumm stellen die denn immer ihre sachen ab weil da wo steht das jetzt denn wieder verschwindet das ja momentan ja guck mal ne das ist ein sorgenbericht ja das kann immer aufge also das ist eh schon fertig oder hä ja das ist nur geschirr damit klasse das wasser das wasser ist verdorben Orangensaft verdorben ok ich hab grad 95 simole einfach erhackt bin ich froh drum jetzt kann ich noch ein bisschen chatten irgendwas zumindest oder ich könnte hier bei Tobi einfach mal ein bisschen nerven einfach ein bisschen quatschen schade dass man nicht so zusammenspielen kann so ein spiel in so multiplayer oder sowas wobei das gibt es glaube ich bei der geht das bei der konsole aufräumen das hätte er auch ich auch machen können hat er auch immer geschirr einfach hier drinnen teile hat er nur ob Oplaktion gemälde wäschehaufen ich mache ich mache die wäsche nicht mehr weil da waren so ein paar Vorfälle. Enka Fluff. Level 5. Alter, boah. Was ist denn jetzt wieder los? So, er geht pennen. Oder? Ja, gut schlafen. Und Tobi hat es den Spaß wieder vollgebracht. Jetzt soll er noch die Wäsche machen. Nicht abbrennen. Achso, Wäsche waschen natürlich auch. Tobi, Wäsche waschen. Wenn das Ding nicht an ist, dann läuft nichts. So. Was ist denn Tobi eigentlich ein Level? Bei Kochen, Kochen hat er ja ein bisschen höher als bei anderen Level 6, ja. Er ist ein bisschen höher. Kann ja auch ein bisschen Charisma üben. Da steigt er ja gleich auf. Ein Tag verschöner kann er zum Beispiel bei anderen sind. Aber die haben gar keine Wünsche mehr. Liegt das daran, dass ich das jetzt ausgestellt habe? Dann sehe ich auch nicht die Ängste und so was. Ich stelle das wieder an, weil es gibt ja Punkte. Ähm, Spieloptionen, Gameplay. Mann. Was hab ich das will, Alter? Das ist so ein Scheiß, Alter. So, sie ist auch wieder zurück. Komödie im Fernsehen ansehen. Romance ansehen. Das können wir kurz machen. Irgendwie. Kulturkinderkanal. Kann ich auch nicht helfen. Mach mal hier aus. Du willst noch was essen. Und dann gehst du schlafen. Und Tobi, du machst das hier auch. Mach Feierabend. So, mach Feierabend. Was sind denn da stehen? Ich mach das schon. Ja, oh. Okay. Es ist dunkel. Ist es nicht dunkel? Automatische Lichter, alle Lichter. So, das muss auch hingestellt werden. Ist das jetzt die erste Nacht? So, 4 Uhr 48. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit, weil ich hab Hunger. Ja. So. Schön Lichter. Wieder einfach Kohle bekommen. Ah, genau. Das war jetzt gerade dieser Sound, den wir gerade gehört haben. Das war wegen dieser Zwerger. Die reparieren alles, was kaputt ist über Nacht. Die Mande ist einfach ganz heimlich. Haha. Und dieses komische... Dieser komische Sound, der nochmal macht. So. Dann, was könnte er noch so machen? Die Blase entleeren. Und dann... Tja. Ich würde gerne hier boxen. Fixieren wir mal. Ein anderes Ding glücklich machen. Okay. 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 Okay, eine Stunde haben wir jetzt genau Zeit. Ich hau dich um. Ich prögel dich weg. Ja, wir haben es noch geschafft. Wir haben es gerade noch so geschafft. Wir müssen ja nur immer Fitness leveln. Das ist ja das wichtige. Lebenswunsch. Was für eine Kraft.